Lengerich ist eine Mittelstadt in der Region Tecklenburger Land im nördlichen Teil des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Geografie Die Stadt liegt zwischen Münster und Osnabrück am Südhang des Teutoburger Waldes. Die Ausdehnung des Stadtgebietes beträgt in Nord-Süd Richtung maximal 11,5 km, in Ost-West Richtung maximal 14 km. Die unmittelbaren Nachbarn von Lengerich sind Tecklenburg, Hagen am Teutoburger Wald, Lienen und Ladbergen. Lengerich hat Städtepartnerschaften mit den Städten Legebruch, Vapaquante, Vata, die sowohl seitens der Stadt als auch durch private Vereine gepflegt werden. So findet zum Beispiel mit Vapaquante ein regelmäßiger Schüleraustausch statt. Zu Lengerich gehören die Stadtteile an Trub, Aldrup, Exterreide, Hohne, Intrup, Niederlengerich, Niedermark, Ringel, Scheubruch, Sättel, Stadtfeldmark und Wächte. Einwohner-Einwohnerzahl 23.323 davon, männlich, weiblich 11.882, Religionszugehörigkeiten, evangelisch, römisch-katholisch, sonstige 7.065. Alle Stadtteile haben die gleiche Postleitzahl Lengerich 49.525. Geschichte Lengerich kann auf eine sehr lange Siedlungsgeschichte zurückblicken. So wurde in der Bauerschaft Wächte eine 4000 Jahre alte Megalithanlage entdeckt und restauriert. Es stellt heute eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt Lengerich dar. Die einzelnen Lengericher Bauerschaften fanden schon früher als der Ort Lengerich selbst urkundliche Erwähnung. So wurde um 1050 Ringel als Ringi und 1088 Hohne als Westhohne erwähnt. Im Jahre 1147 trat Lengerich selbst urkundlich erstmals in Erscheinung. Der römisch-deutsche König Konrad III. bestätigte der Äbtissin des Damenstifts zu herfort deren Besitzungen und Privilegien in Lengerich. Im 14. Jahrhundert ist ein Markt in Lengerich belegt. Im Jahr 1695 wurde der Ort in einer Urkunde wörtlich als Flicken, sinngemäß also als Minderstadt bezeichnet. Im Jahre 1727 verlief Wilhelm I. von Preußen, bekannt auch als Soldatenkönig, dem Ort Lengerich die Stadtrechte. Hiermit wurde auch die erste bescheidene Kommunalverwaltung eröffnet. Die Stadt zählte damals 614 Einwohner und 150 Häuser. Im Jahr 1857 nimmt Friedrich Wilhelm IV. von Preußen im Gasthof Berkemeyer den Ehrentrunk der Stadt Lengerich anlässlich der 150-jährigen Zugehörigkeit der Grafschaft Tecklenburg zu Preußen. Entgegen, am 1. April 1927 wurde die Landgemeinde Lengerich eingegliedert. Am 1. April 1930 wurde ein kleines Gebiet an die Nachbarstadt Tecklenburg abgetreten. Am 1. Januar 1975 wurden Gebietsteile mit damals etwa 300 Einwohnern an die Gemeinde Lien und die Stadt Tecklenburg abgetreten. Am nordöstlichen Eingang zum Kirchplatz in der Altstadt steht der Römer eines der Wahrzeichen der Stadt Lengerich. Hierbei handelt es sich um ein Torhaus, dessen Bauzeit grob in das zweite Viertel des 13. Jahrhunderts datiert werden kann. Davon stark abweichende Daten bis ins 15. Jahrhundert sind denkbar. Vor dem in Urkunden Neuel Steinwerk bezeichnet, trägt das Torhaus seit dem frühen 18. Jahrhundert den Namen Römer. Die Herkunft dieser Bezeichnung und die ursprünglich angedachte Nutzung des Römers sind geschichtlich nicht überliefert. Das Torhaus wurde im Laufe seiner Geschichte unter anderem als Rathaus, Gefängnis, Lagerraum, Klassenzimmer und Wohnung genutzt. Bis in das 20. Jahrhundert hinein wurde es um zahlreiche Anbauten wie zum Beispiel einen südlich angrenzenden Speicher, ein nördlich angrenzendes Wirtschaftsgebäude und mehrere Osterweiterungen ergänzt. Der letzte größere Umbau erfolgte ja 1979 die letzte umfangreiche Sanierung im Jahr 2001. Seit 1980 beherbergte der Römer eine kleine Gaststätte. Ein großer Raum im zweiten Obergeschoss dient als Gastraum, als Konferenzraum oder wird auch für besondere Anlässe wie standesamtliche Trauungen genutzt. Im 16. Jahrhundert gab es laut Aufzeichnungen die ersten Händler und Gewerbebetreibenden in der Stadt. In dieser Zeit wurde neben landwirtschaftlichen Erzeugnissen auch mit Wolle und Tierfett gehandelt. Im Jahre 1662 wurde eine Papiermühle in Betrieb genommen. Es gab zuvor schon einige Wassermühlen, Schumacher, Schreiner und Schmiede. Auch heute gibt es noch viele dieser Mühlen zu sehen, allerdings kaum eine im ursprünglichen und funktionsdichtigen Zustand. Rund einhundert Jahre zuvor wurde von einem längerischer Nationalgetränk gesprochen, einem obergärigen Bier, das in vielen Häusern gebraut wurde. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wurde in der Stadt am 11. Juli 1645 ein Stück deutscher Geschichte geschrieben. Die Parteien vereinbarten ein Mitspracherecht der Reichsstände und Freien Reichsstädte bei den innen- und außenpolitischen Fragen des Heiligen Römischen Reiches während der bevorstehenden Friedensverhandlungen. Politik Der Rat der Stadt Lengerich hat seit der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 insgesamt 32 Mitglieder, die sich auf die einzelnen Parteien folgendermaßen verteilen. Der Bürgermeister ist Wilhelm Mörke Blasonierung Wegen geschichtlicher Bedenken Der Anker galt als ausschließliches Wappenzeichen der Grafschaftlingern, mit der Lengerich nicht in Verbindung zu bringen war, wurde es 1939 zunächst zurückgegeben. Nach neueren Forschungen ist der Anker jedoch dem Grafen von Tecklenburg durch kaiserliches Privileg 1475 als Wappenvermehrung auf ausdrücklichen Wunsch des damals regierenden Grafen Otto verliehen worden ohne jegliche Beziehung zur Grafschaftlingern, die es damals noch gar nicht gab. Die Lindenzweige entstanden vermutlich durch eine Verwechslung der Seerosenblätter auf dem Wappen der Grafschaft Tecklenburg. Da geschichtliche Bedenken nicht mehr bestanden, wurde das alte Wappen 1949 wieder durch die Stadt Lengerich aufgenommen. Die Blasonierung des Wappen in der Zeit von 1. März 1939 bis 1949 wird wie folgt beschrieben. Der Dreiberg symbolisiert die Lage am Südhang des Teutoburger Waldes. Der kleine Schild ist das Wappen der einflussreichen Adelsfamilie von Münster zur Fortlage, welche vom 13. bis zum 17. Jahrhundert in Lengerich ihren Wohnsitz hatten. Die Seerosenblätter entstammen dem Wappen der Grafschaft Tecklenburg, zu dem die Stadt früher gehörte. Wappen mit Anker Wappen von 1939 zu 1949 Kultur und Sehenswürdigkeiten Kulturell hat Lengerich für eine Stadt dieser Größe verhältnismäßig viele Attraktionen. Im Jahr 2004 wurde die Gemptale zu einem Kulturzentrum restauriert, so dass dort verschiedene Veranstaltungen stattfinden können. Die Bandbreite reicht von privaten Feiern bis hin zu Musik-Events unterschiedlichster Richtung. Zudem gibt es ein intaktes Vereinsleben. Außerdem sind die Universitäts- und Theaterstädte Münster und Osnabrück mit dem Auto und dem Zug in etwa 20 Minuten zu erreichen. Bauwerke Wasserbehälter Schornstein auf dem ehemaligen Gelände der Drahtseilfabrik gelmt. Turm der Evangelischen Stadtkirche Kriegerdenkmal an der Evangelischen Stadtkirche LWL Klinik Zwei Türmchen Hauptgebäude der LWL Klinik Römer LWL Klinik Wirtschaft und Infrastruktur Traditionell hat die Stadt Lengerich starke wirtschaftliche Standbeine im Maschinenbau, in der kunststoffverarbeitenden Industrie und in der Zementherstellung. Hier sind insbesondere die Maschinenfabrik Windmöller und Hölscher mit den Schwerpunkten Verpackungsdruck- und Veredelungsmaschinen, die Kunststoffverpackungsfabrik Bischof plus Klein und die Zementfabrik Dücker-Hoffer G zu nennen. Eisenbahnverkehr Eisenbahnverkehr Der Lengericher Bahnhof liegt an der Bahnstrecke Wanne-Eickel-Hamburg, deren Abschnitt zwischen Münster und Osnabrück, die Teutobahn, stündlich von der Westfalenbahn bedient wird. Die Teutobahn pendelt und hält auch in Lengerich. Die Züge der DBAG halten zwischen Münster und Osnabrück nicht. Für Reisende markant ist der 581 Meter lange Lengericher Tunnel, der nördlichste klassische Eisenbahntunnel Deutschlands unterhalb eines Gebirges und der einzige Tunnel, den Fernzüge zwischen Ruhrgebiet und Norddeutschland durchfahren. Lengerich liegt auch an der 1901 eröffneten Bahnstrecke Ebenbüren-Gütersloh der Teutoburger Waldeisenbahn. In Lengerich-Hunne betreibt die TWE ein Bahnbetriebswerk, das zugleich als Zentralwerkstatt für andere der Bahnen fungiert. Auf der TWE-Strecke gibt es nur noch in Abschnitten regelmäßigen Güterverkehr. In den Sommermonaten fährt die Teutobahn-Express im Museumsbahnverkehr mit Dampflokomotiven durchs Tecklenburger Land. Nachdem es in Folge der Sommerunwetter im August 2010 zu einem Dammrutsch gekommen ist, endet der Teutobahn-Express aus Lengerich bereits in Tecklenburg und kann nicht mehr weiter über Brochterbeck bis Ebenbüren-Aase fahren. Als im September des Folgejahres die Gleise auch noch in Richtung Süden nach Gütersloh unterbrochen und vom neuen TWE-Eigentümer CapTrain Deutschland nicht repariert werden, gründet sich im Januar 2012 das überparteiliche Aktionsbündnis Pro TWE, das sich U.A. den langfristigen Erhalt und die regelmäßige Nutzung der Teutoburger Waldeisenbahn in den Bereichen Freizeit- und Tourismusverkehr zum Ziel gesetzt hat. Hauptartikel Es gibt im Taktverkehr von Lengerich Buslinien nach Lott, nach Ebenbüren, nach Lien und nach Münster. Hauptartikel Über die Anschlussstelle 73 Lengerich der Bundesautobahn A1 ist Lengerich direkt erreichbar. Der Flughafen Münster-Osnabrück ist etwa 15 Kilometer entfernt. Lengerich verfügt über eine große Anzahl von verschiedenen Schulen. Für den Primarbereich gibt es die vier Grundschulen Hohne, Intrub, Stadt, Feldmark und Stadt. Für den Bereich der weiterführenden Schulen gibt es das Hannah-Arendt-Gymnasium, die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und die Friedrich-von-Bodelschwing-Realschule. Die zuständige Gesamtschule ist die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in Saar-Erbeck. Des Weiteren gibt es die Schule in der Vidum, eine Förderschule für Menschen mit geistiger Behinderung. Insgesamt gibt es über elf Kindergärten. Sonstige Schulen Berufskolleg Tecklenburger Land, Bildungszentrum Tecklenburger Land, e.V., Förderschule für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in der Vidum, Musikschule Tecklenburger Land, Volkshochschule, Sport. In Lengerich sind verschiedene Sportvereine ansässig. Im Bereich Fußball und Badminton ist der SC Preußen Lengerich zu nennen, dessen erste Mannschaft seit der Saison 2014 15. in der Bezirksliga spielt und für den Fußball außerdem der FC Grün-Weiß Lengerich, welcher in der Kreisliga B2 spielt. Den Tischtennissport bietet der TTC Lengerich an. Die erste Mannschaft spielt in der Saison 2014 15. in der Bezirksliga. Zudem gibt es eine Handballmannschaft namens HSG Hone Lengerich. Zusätzlich findet man in Lengerich auch den Turnverein Lengerich, der der größte Verein in Lengerich ist und einige verschiedene Sportarten anbietet, so wie den Turnverein Hone, der vor allem für seinen Teutolauf bekannt ist. Für den Bereich Pferdesport ist hauptsächlich der Reitzucht- und Fahrverein Lengerich verantwortlich. Persönlichkeiten In Lengerich geboren Johann Hildebrandt-Witzef, Professor für Beretsamkeit und Geschichte in Duisburg, Johann Gerhard Hasenkamp, Pädagoge, Friedrich Arnold Hasenkamp, Pädagoge, Rudolf Sment, Theologe, Julius Sment, Theologe, Friedrich Kipp, Schriftsteller, Christian Giszewski, Althistoriker, Wolfgang Streeck, Soziologe und Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, Reinhold Hetke, Autor und Professor, für Didaktik der Sozialwissenschaften und Wirtschaftssoziologie an der Universität Bielefeld, Katharina Schallenberg, Golf-Nationalspielerin, Wolfgang Seidka, Fußballprofi und Trainer, Wilfried Schnepp, Professor der Pflegewissenschaft an der Universität Witten, Herdecke, Kurt Greif-Meyer, EM, Springreiter und EM, Bundestrainer der Deutschen Springreiter, Monika Stock, EM, Tischtennisspielerin, mit Lengerich verbunden Johann Heinrich König, Holzbildhauer des Spätbarock, erfertigte die Figuren des Heiligen Benedikt und Johannes Baptist in der Pfarrkirche Sankt, Benediktus, Johann Rikmas, ursprünglich aus Bremen stammender Teilnehmer des gescheiterten Hitlerputsches 1923, in dessen Verlauf er getötet wurde, Arthur Anders, Politiker, 1945 zu 1961, Stadtdirektor in Lengerich, Friedrich Ernst Hunsche, Autor, Sprachforscher, Genealoge, Heimatforscher und Archiver, lebte und arbeitete lange in Lengerich, Georg Nehmann, Politiker, 1946, Leiter des Flüchtlings- und Wohnungsamtes Lengerich, Alfred Wesselmann, Gymnasiallehrer und Historiker, Studiendirektor am Hannah Arendt-Gymnasium, Vorsitzender des Arbeitskreises Stadtgeschichte im Heimatverein Lengerich, Richard Spiegelburg, Stabhochspringer, Silke Spiegelburg, Stabhochspringerin, absolvierte ihr Abitur am Gymnasium in Lengerich, Philipp Haus, Schauspieler am Burgtheater Wien, absolvierte sein Abitur am örtlichen Gymnasium.